So, bitte sehr. Leckere Rindrouladen. Mh, die sehen gut aus. Und was gibt's zum Nachtisch? Hier, Sahnetorte. Guten Appetit. Guten Appetit. Schmeckt's nicht? Also erst heißt es wochenlang, koch endlich mal wieder und jetzt sowas. Was denn? Tja, kennst du den Unterschied zwischen dir und Casanova? Nein, was ist der Unterschied zwischen mir und Casanova? Der hat nichts anbrennen lassen. Ha, ha. Sind wir mal wieder als Witze-König unterwegs, was? Aber du liegst falsch. Es ist alles andere als angebrannt. Probier doch. Also, angebrannt ist das jedenfalls nicht. Und ob das ist und wie? Das muss so. Aber nur bei dir. Verbrannt ist das. Total verbrannt. Können wir das bitte diskutieren, ohne dass du frühere Bundeskanzler der SPD erwähnst? Ist dir verkohlt, lieber? Ich hab mir aber Mühe gegeben. Reicht aber nicht. Man muss auch können. Und du kannst es einfach nicht. Hat ja schon Herr Schröder gesagt. Joachim, weißt du auch, was der Unterschied zwischen dir und Casanova ist? Öh, nein. Der hatte keine Torte im Gesicht. Wieso? Ich hab doch keine... Doch.